Tag 27 Unterschiedliche Träume und ihre Bedeutungen Dunkel war es am Himmel über der Stadt, verdächtig dunkel. Man musste an folgendes denken. Sag einem Menschen, dass da draußen im Universum 300.000 Billionen Sterne sind. Er wird es dir einfach glauben. Sag ihm, die Bank ist frisch gestrichen. Er wird sie anfassen. Stockdüster lagen die Schatten auf der Stadt. Dann flammte plötzlich ein Licht auf. Wenn einer von oben etwa aus einem Zeppelin oder einem Flugzeug in die Weser geschaut hätte, wäre ihm wahrscheinlich der Mund offen stehen geblieben. Wahrscheinlich hätte er an einen leckeren Salat gedacht. An das Aufeinandertreffen von Essig und Öl. Besser gesagt, er hätte an Essig gedacht. Braunen, saftigen, geschmackvollen Essig. Der lustig glänzte und herumgluckste. Essig, der sich aber rasend schnell aus dem Staub machte, sobald irgendwer, warum auch immer, erotisches Massageöl auf den Salat gekippt hätte, so dass der dunkle Essig, so wie das Wasser der Weser, nur noch in den Ecken der Blätter hängen geblieben wäre und so den Zuseher aufgrund von Leckerheit dazu gezwungen hätte, den Salat möglichst schnell herunterzuschlingen. Nun war das hier nicht ein Salat, sondern die Weser, immerhin der drittgrößte Fluss in Deutschland. Und wer vorgehabt hätte, sie auszutrinken, diese Weser, der sollte das wirklich möglichst schnell tun und dann sterben. Denn wer versucht, die Weser auszutrinken, der ist ohnehin geistesgestört. Nicht Salatfresser geistesgestört, sondern so richtig geistesgestört. Halt, Riesenfluss austrinken geistesgestört. Die Filteranlage im Weserwerk funktionierte und hatte das schmuddelige Brackwasser der Weser in eine türkise, leicht im Mondlicht glitzernde Lagune verwandelt und hätte die Stadt nicht geschlafen, hätte auch sie große Augen gemacht. Nur ein paar Betrunkene, die nach wie vor tief in der Nacht an der jugendlichen Wiese bei den Weserterrassen zechten, bemerkten eine leichte Veränderung. Die Jugendlichen beschlossen aber, statt sich zu wundern, nach Hause zu gehen, weil sie ihren Augen nicht mehr trauten. Denn Jugendliche können mit Alkohol schlecht umgehen und werden viel zu schnell betrunken und dadurch müde. Kaum ein Jugendlicher weiß um das Geheimnis, immer noch auf einem letzten Drink zu bleiben. Denn beim letzten Drink, da starten die guten Geschichten. Und so auch in dieser Nacht. Vier Stockwerke unterhalb der Sivaldkreuzung zog Emma gerade Justus an seiner Hand in Richtung Bett und so richtig wussten die beiden nicht, wie ihnen geschah. Die Geschwindigkeit, in der sich ihr Leben in letzter Zeit verändert hatte, war nur einer der Gründe, sich nun endlich einmal fallen zu lassen. Es machte ja doch keinen Sinn mehr, sich an altbackenen Moralvorstellungen festzuhalten. Es war ohnehin seltsam, überhaupt noch schüchtern zu sein im Angesicht der Begegnung mit Gott und dem wahrscheinlich bald anstehenden Weltuntergang. Und überhaupt, warum machte sich Justus denn jetzt Gedanken über irgendwen anderes als Emma, wie gehemmt er immer war? Es gab ja nicht vieles, was Justus an sich selbst störte. Aber wenn es etwas gab, dann war es mit Sicherheit dieses Gehemmtsein oder besser gesagt den Unterschied zwischen seinem allein ausgelebten Sexualleben und der Art und Weise, in der er außerhalb seiner Gedanken mit der Umsetzung seiner erdachten Sexualpraktiken umging. Was für Fickwelten er sich schon erschaffen hatte. Ein Künstler war er in seinen Wichs-Fantasien. Regisseur, Kameramann, Drehbuchautor, Hauptdarsteller, ja, manchmal sogar Hauptdarstellerin. Denn ein Wahnsinn, wie sehr die Welt von großer Kunst überschwemmt wäre, wäre nicht Fortpflanzung, sondern Liebe oder Verständnis oder sogar Humor der Hauptinhalt eines Menschenlebens. Doch auch so war es schon schlimm genug, dass all die geilen Fantasien der Menschen in den Köpfen blieben und als einmalige Orgasmuskrücken dienten, statt den anderen das Leben befriedigender zu machen. Denn eigene Befriedigung ist nicht selten der Schlüssel zur Befriedigung anderer. Justus war der König dieser Fantasien. Ein riesiger, funkelnder Stern auf dem Walk of Fame der erotischen Fantasien wäre ihm sicher gewesen. In der echten, richtigen Welt war genau das Justus' Problem. Er nahm sich einfach nie das, was er wirklich wollte, sondern glitt in der Anwesenheit von begehrten Menschen oder Genitalien immer in Apathie und Tatenlosigkeit ab. Einer hatte mal gesagt, Beischlaf hält nie das, was die Masturbation verspricht und Recht hatte er gehabt. Karl Kraus, das war schon ein kluger Kopf gewesen, sowohl in Politik als auch in Sexualität. Denn die war ja auch irgendwie politisch. Und im Angesicht der modernen Zeiten war es ja wohl für einen männlichen Sexualpartner kaum noch möglich, die beim Pornoschauen ausgedachte Dominanz und Aggressivität auszunehmen, ohne der Frau ihr gutes und gutes Recht auf Selbstbestimmung und ihren gesellschaftlichen Stand abzusprechen. Was aber nicht nur Schuld der Männer war, denn wer verdirbt sich seine Seele schon als Vorsatz? Plötzlich küßte Emma Justus auf den Mund, riss ihm das Hemd vom Oberkörper, zog ihm mit einer blitzschnellen Bewegung die Hose aus und hatte, ehe er noch einmal Karl Kraus denken konnte, schon seinen Penis in der Hand. Und für einen kurzen Moment war Justus tatsächlich einfach nur geil, aber nur eine winzige Sekunde, nämlich genau bis zu dem Moment, an dem er bemerkte, dass er nun doch wieder an Karl Kraus denken sollte, um dieses wunderschöne Intermezzo nicht nur eine Sekunde andauern zu lassen. Schon saß Emma, die oben herum immer noch voll bekleidet war, auf Justus und bewegte sich auf eine Art und Weise, die Karl Kraus in Justus' Kopf innerhalb von kürzester Zeit hoch erotisch erscheinen ließ. Wenn schon das Aussehen von Karl Kraus seinen vorzeitigen Orgasmus nicht abwenden konnte, was denn bitte dann? In genau diesen Momenten ist es ein Wahnsinn zu beobachten, wie die menschliche Sexualität in der Lage ist, jegliche andere Regung des Geistes voll und ganz auszuschalten. Wenn erst einmal die Idee von Sexualität und Verkehr auftaucht, ist es ein Wahnsinn, sie wieder zurückzufahren. Eigentlich gibt es kaum ein Mittel, ein aufkeimendes sexuelles Verlangen alleine zu stoppen. Nur durch ein Nein der Gegenseite ist es aufzuhalten, ein eigenes Nein hilft da Null, vollkommenes Opfer seiner selbst. Allein die Idee an Selbstbefriedigung ist unstoppable. Wer auch nur einmal in einem ungestörten Raum mit Zugang zum Internet an Masturbation gedacht hat, wird sich durch reine Kraft der Gedanken von der Ausführung dieses Planes nicht distanzieren können. Durch nichts ist dieser Plan zu stoppen, außer vielleicht durch ein älteren Teil, welches ohne zu klopfen das Jugendzimmer betritt. Justus betrachtete Emma und verteufelte sich selbst, diesen Anblick nicht genießen zu können, ihn nicht als Geschenk, sondern als Bürde wahrzunehmen und als Zwang, das Ende möglichst lange herauszuzögern. Was war das für eine Welt, in der ein vorzeitiger Erguss als Enttäuschung und nicht als Kompliment wahrgenommen wurde? Es war zu spät. Nichts mehr fiel Justus ein, um sich abzulenken. Jegliche nonsexuelle Fantasie verdrehte sich in auf irgendeine schräge Art und Weise dann doch ins Geile. Und als Justus beim ausgedachten Tod seiner Eltern und sterbenden Kindern in Afrika und Ailton angekommen war, ejakulierte er im Sinne seiner geistigen Gesundheit. Was soll's? Es wäre ein Wunder, sollte das hier das letzte Mal mit Emma gewesen sein. Emma lächelte ihn an, rollte von ihm herunter, schaute ihm in die Augen und lächelte. Manchmal hat auch Karl Kraus Unrecht, sagte sie, nahm ihn in den Arm und schlief ein. Im großen Schwimmbad unter dem Osterdeich war es still geworden. Das Plätschern des künstlichen Wasserfalls klang leise im Raum. Alle schliefen, bis auf zwei Gestalten, die da immer noch saßen und sich leise unterhielten. Im Halbdunkeln war nun manchmal das Blitzen ihrer Brillen zu sehen, wenn sie sich ungläubig in der Halle umsahen. Beide trugen schwarze, sehr lange T-Shirts mit lustigen Metal-Motiven, die um ihre engen, schwarzen Jeans schlabberten, welche wiederum ein wenig zu kurz waren, um die sehr hässlichen Jogging-Schuhe zu erreichen, welche sie trugen, obwohl ihre Körper ihre Liebe zum Online-Sport statt ihrer Liebe zum Jogging verrieben. Silbernes Mesh unter großen Essex-Logos, auch eine Uniform dieser Tage. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, sagte der eine, und wenn ich es twittere, dann glaubt es mir doch eh keiner. Ich werde getrollt, bis zum Es geht nicht mehr. Ich auch, antwortete der andere. Auf der anderen Seite, wie soll ich das denn twittern? Ich weiß doch selber gar nicht genau, was wir hier tun. Er riss sich eine Dose Bier auf. Warum bist du denn eigentlich hier? Ich meine, machst du sowas öfter? Museen überfallen oder einer Armee beitreten? Nur, antwortete der andere, wenn ich betrunken bin. Auch er öffnete ein weiteres Bier. Aber mich würde schon interessieren, was da draußen vor sich geht. Die beiden schwiegen müde. Willst du Speed ziehen? fragte der eine ansatzlos. Na, klar, was soll's, war die Antwort. Ein kleines Briefchen wurde aus der Tasche gezogen, aufgeklappt, mit einer Werder-Bremen-Stadion-Plastikkarte in große Linien gehackt und geschnupft. Die Pupillen weiteten sich. Sie schauten sich an, dann sahen sie umher und kurze Zeit später stand ihnen der Schweiß auf der Stirn. Ihre Augen wanderten durch den Raum und bemerkten, dass unter dem hinteren Tor an dem großen Schwimmbad am Ende der Halle plötzlich unter Wasser ein Lichtstrahl durchs Wasser fiel. Kannst du paddeln? Na klar kann ich paddeln. Ich war in einem Camp für Schwererziehbare. Jeder Schwererziehbare kann paddeln. Dann los, sagte der eine und schniefend, das brennende Gefühl, die Nase hochziehend und den bitteren Geschmack in der Kehle, schlichen sie, mucksmäuschenstill, wie aber auch nur sie fanden, an den Whirlpools vorbei zum Ende der Halle. Sie schulterten ein Ureinwohner-Einbaumkanu aus dem zweiten Jahrhundert, welches auf dem großen Haufen von Ureinwohner-Einbaumkanus lag und ließen es in das große Schwimmbecken gleiten. Ungelenk sprangen sie in das Becken, das trotz seiner unterirdischen Verbindung zum Weserwasser überraschend warm und angenehm war. Mit den Paddeln in der Hand begannen sie zu schwimmen, legten ihre Hände auf den Einbaum und planschten bis zum großen Tor hinüber, welches nur bis zur Wasseroberfläche heruntergelassen war. Beim Tor angekommen, stießen sie sich vom Boden ab, drückten schräg auf das Kanu, sodass es unter dem Rolltor hindurch flitschte. Sie tauchten hinterher und waren im Freien. Die ganze Weser leuchtete. Sie leuchtete nicht einfach, vielmehr stiegen majestätische Lichtsäulen aus der Tiefe entpor und ließen das Ufer im vom Wasser wellenartig gebrochenen Licht erstrahlen. Die beiden schauten sich an, malten kurz mit den Kiefern und wussten nichts zu sagen. Sie schwammen weiter, warfen die Paddel ins Boot und hieften sich hinterher. Wie kleine Kinder bekamen sie den Mund nicht mehr zu. Das hieß, außer manchmal wegen den Drogen den Mund zu schließen und mit dem Kiefer zu malen. Das Ufer, der Osterdeich und die jugendlichen Wiesen lagen wie ausgestorben vor ihnen und Lichtflecken, die von der leichten Oberflächenkreusung hervorgerufen wurden, wanderten an den blühenden Bäumen und den saftigen Wiesen entlang. Wenn jeder Mensch einmal im Leben einen Moment hat, in dem er sich einsam auf der Welt fühlt und eben dieses Alleinsein mehr als alles andere zuvor genießt, dann war eben das für die beiden hier eben dieser Moment in ihrem Leben. Und wenn man Alleinsein lernen muss, um nie wieder einsam zu sein, dann war eben das hier der Moment, an den sie sich für immer erinnern würden, um zu wissen, dass das Leben eigentlich schön ist. Wenn ihnen nicht irgendein Filmriss dazwischen kann. Sie paddelten langsam vorwärts, ließen sich von der Strömung in Richtung Werder Kiosk treiben, öffneten sich noch ein Bier, stießen an und freuten sich, bei irgendetwas Großem dabei zu sein, auch wenn sie noch nicht verstanden, was dieses Große sein sollte. Aber wie so oft beim Großen war es eher ein Gefühl als ein wirkliches Wissen. Das erhabene Gefühl, dass das Dasein gerade wichtiger war als alles sonst. Das Wasser war nicht nur glasklar, es war auch warm, körperwarm, so dass sie in ihren nassen T-Shirts kaum froren. Sie trieben weiter, schlugen ein-, zweimal mit dem Paddel, so dass sie sich in die Mitte der Fahrrinne bewegten und schauten ins Wasser hinab, wo doch einiges zu sehen war. »Ey, da ist mein Fahrrad!« rief der eine. »Ey, da ist mein Auto!« rief der andere. In der Ferne tuckerte ein Binnendampfer auf sie zu und sie paddelten mit dem Einboot in Richtung Osterdeichwiesen und sahen sich langsam, still, leise und ungläubig Menschen einfinden, manche in Alltagskleidung, andere sieh her, das gab es auch noch in Pyjamas und Pantoffeln. Ihnen schien von unten das Licht ins Gesicht und die glitzernden Wasserflecken unterstützten doch die Verwunderung in ihren Augen. »Was ist das? Was ist das?« fragten sie und begannen langsam den Deich herunter in Richtung Weserufer zu tapsen. Die beiden im Einbaum sahen sie kommen, wie sie schlaftrunken und in seltsamer Kostümierung den Deich hinunterwankten, was für ein Internetmenschen auf Speed natürlich ein Problem darstellte und ihn unweigerlich an eine Zombie-Apokalypse denken ließ, was natürlich blöd, aber durchaus nachvollziehbar war. Sie begannen langsam vom Ufer weg zu paddeln, erst weiter in die Mitte, wo aber gerade der riesige Binnentanker vorbeizog, was die beiden in Panik versetzte, sodass sie sofort stoppten und fast hysterisch anfingen in Richtung Weserwehr zu paddeln. Fast auf Höhe der Weserterrassen kurz vor dem Durchdrehen sprangen sie verzweifelt aus dem Boot und schwammen mit rasendem Herzen durch das Wasser die letzten Meter zum versteckten Tor. Sie tauchten und fanden sich auf der anderen Seite im großen, versteckten Schwimmbad wieder. Alter, was war das denn? Irgendwie war das wie ein Zombie-Angriff auf einer Karibik-Insel. Das ist cool, aber auch uncool. Und jetzt? Ich glaube, ich will jetzt schlafen gehen. John zum Runterkommen? fragte der andere, zog sich aus dem Schwimmbecken und ging zu seiner Tasche. John zum Runterkommen? antwortete der andere. Langsam wanderte der relativ volle und angemessen große Mond in einer flachen Bahn über den Himmel von Bremen und wirkte ein bisschen wie eine mit verbotenen, fluoreszierenden Farben aus dem Ostblock angemalte Frisbee-Scheibe, die wahnsinnig langsam und leicht flackernd durch den Kosmos über Bremen eierte. Die wenigen Wolken, welche sich hin und wieder vor diesen Mond schoben, glichen keiner interessanten Form und hatten keine Chance, sonst wie interpretiert zu werden, was den Wolken natürlich wehtat, denn sie regneten ja nicht einmal und ohne zu regnen und interpretiert zu werden, was war das Dasein einer Wolke doch schrecklich, sinnlos und einsam. In den frühen Morgenstunden begann der Mond langsam zu verblassen, als die Sonne gut gelaunt über den Horizont blinzelte und wie eine Katze nach dem Aufstehen ihre Gliedmaßen streckte. Lange Schatten fielen auf die Bürger der Stadt, von denen einige noch ziemlich verzächt an den Weserwiesen lagen, weil sie die neue Schönheit ihres Flusses nur mit einer Überdosis der Designerdroge Korn vertragen hatten. Erste kluge Menschen waberten herum und verdienten sich eine fast schon goldene Nase, als sie begannen, in die Weser hineinzuwarten, um die Unmengen der dort versenkten Pfandflaschen zu bergen. Gute Stimmung herrschte unter den Pfandsammlern, von denen einige so weit gingen, davon zu träumen, durch das hier verdiente Pfandgeld in ihr altes Leben mit Ehepartnern und ohne größere persönliche Probleme zurückkehren zu können. Alle waren gut gelaunt, wie schon seit langem nicht mehr und eigentlich akzeptierten alle diese Freude an dem karibischen Wasser, außer einer kleinen Expertenkommission, welche sich am Weserwär eingefunden hatte und rätselte, wer sich denn diesen schon wieder, diesen Filter- und Heizungsanlagen-Dulli-Buff für die Weser ausgedacht hatte. Nachdem sie zu keinem Ergebnis gekommen waren, jedoch auch keine Ahnung hatten, wie sie das jetzt alles wieder abstellen sollten, zogen sie ihre Speedos in Speckflaggenoptik an und begannen, wie übermütige Teenager von der Erdbeerbrücke zu springen. Von all diesem Aufruhr in der Stadt bekamen weder Steffi noch Mike, weder Emma noch Justus etwas mit. Unten, in den Katakomben des Clubs der Spinner, tief unter den Füßen der coolen, aber ahnungslosen Viertelbewohner, war Mike als Erster aufgewacht und fand sich in den Armen von Steffi wieder, welche sich von hinten an ihn spiegte. Na, das fühlt sich aber gut an, dachte sich Mike, dem aber leider der Vergleich fehlte, da sein normales Aufwachen meist von einem scherzhaften, schmerzhaften Abdruck seiner Tastatur in seinem Gesicht gekennzeichnet war. Noch öfter wachte er davon aus, dass seine Ohren hörten, wie sein rechter Zeigefinger zu Doppelklicken anfing, noch bevor sein Bewusstsein aus seinen seltsamen Träumen zurückgekehrt war. So viel zu tun, dachte er sich, dann spannte Steffi ihren Arm noch einmal an, zog sich ein Stückchen näher an ihn heran und für ach, nur noch ein halbes Stündchen war ihm Gott Weltuntergang und die auf ihn wartende Armee egal. Steffi schnarchte ein bisschen, doch es war diese Art von Schnarchen, die einen Jungen mit verqueren Geschlechteransichten dazu brachte, mal darüber nachzudenken, jemanden dafür zu mögen und zu begehren, dass er ein Mensch zeigte und wenn es durch Schnarchen war, dass er ein Mensch war, anstatt jemanden dafür zu mögen, dass er sich ansatzlos für jeden sexuell und blitzschnell verfügbar machte. Mike dämmerte wieder an seine Träume zurück. Im Nebenzimmer lag Justus mit weit ausgebreiteten Gliedmaßen auf dem Rücken und träumte seltsame Dinge von einer Armee aus Computerspielern, von einem geheimen Club in seiner Heimatstadt, von einem Fluss, klar wie das Wasser eines Wildbachs in Tirol und dem Ende der Welt und von einem Mädchen, das neben ihm lag, das er anschaute und sich freute, weil er im Schlaf merkte, dass seine Zuneigung zu ihr ihn zum ersten Mal befähigte, nicht alles auf der Welt albern und ablehnenswert zu finden, sondern tatsächlich einfach einmal den Moment zu genießen. In seinem Traum schaute er sich an und genoss den Frieden. Er schaute sie an und plötzlich begann das Mädchen nervös zu atmen. Immer schneller ging das Ein- und Ausstoßen der Luft aus ihrem graziell geschwungenen Lippen. Er roch etwas seltsames Erdiges, was so gar nicht zur Schönheit dieser Frau passte und plötzlich klatschte ihm ein nasser Feudel ins Gesicht und die Frau begann zu bellen. Justus riss die Augen auf und schaute in große schwarze Kulleraugen, die ihn aufgeregt und erwartungsvoll anschauten. Er spürte ein Trommeln auf seinem Bauch und fuhr hoch. Ein großer schwarzer Hund lag neben ihm im Bett und leckte sein Gesicht ab, sodass es kitzelte und Justus lachen musste. Der Hund wälzte sich hin und her, sprang auf und schlug weiter mit seinem Schwanz auf Justus Bauch ein, sodass es fast wehtat, aber dennoch unglaublich süß war. Justus nahm den Kopf des Hundes in die Hand und drückte den Kopf hin und her, sodass der Hund noch wilder wurde, ein freudiges Jaulen anstimmte und noch mehr in seinem Gesicht herum leckte. Ist ja gut, ist ja gut, sagte Justus lachend und drückte den Hund von sich weg, welcher nun aufsprang und ungelenk vom Bett fiel, sich aber sofort wieder aufrappelte und zu Emma herüber lief, welche nur mit Justus weißem Hemd bekleidet im Zimmer stand und einen Zettel las. Guten Morgen, Sonnenschein, sagte sie zu Justus und las weiter in den Brief, welchen sie in der Hand hielt. Guten Morgen, sagte Justus und wälzte sich hinüber, sodass er mit der Bettdecke im Schoß auf der Bettkante zu sitzen kam. Was ist denn los? Hier ist ein Brief von Willerhard, sagte Emma und wedelte damit in Richtung Justus. Soll ich vorlesen? Nein, sagte Justus, der fast mit den Augen gerollt hätte, weil er die Frage so doof fand, wofür er sich augenblicklich auch schon schämte. Sein Traum war eindeutig vorbei. Wie er bemerkte, war er wieder der alte zynische Idiot. Doch natürlich sollst ihn vorlesen. Entschuldigung, sagte er. Emma schaute ihn an. Okay. Guten Morgen, hier fängt der Brief richtig an. Guten Morgen, ihr vier Freunde. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wir alle sind sehr froh, dass ihr hier seid. Wir saßen gestern noch bei einem Wein unter dem Ratskeller zusammen und haben darüber gesprochen, wie lustig ihr seid, sind aber zu dem Punkt gekommen, dass sich irgendetwas fehlt. Weil alle müde waren, habe ich mir Gedanken gemacht und mir gedacht, vier lustige Spinner, zwei Weibchen, zwei Herrchen, was könnte da fehlen? Also habe ich euch einen Hund gekauft. Er hat noch keinen Namen. Vielleicht könntet ihr euch etwas ausdenken. Ich erwarte euch zum Frühstück in der Bibliothek. Emma schaute Justus an. Bismarck, sagte Justus. Ich wollte schon immer einen Hund, der Bismarck heißt.